Das K-Medien Filmarchiv Abwechslungsreiche Videos zur Entspannung und Unterhaltung auf DVD oder Media Player. Natürlich GEMA und GVL frei. Besonders gut geeignet sind die Filme für Praxen, Wartezimmer, Hotels, Wellness, Solarien oder als Eyecatcher für Ausstellungen oder Schaufenster. Jede DVD hat eine Länge von 90 Minuten und beginnt dann in einer Endlosschleife von vorn. Zum Abspielen benötigen Sie einen handelsüblichen DVD-Player. Für den professionellen Einsatz empfehlen wir den K-Medien Media Player. Dieser kann individuell mit Filmen bestückt werden. Gespeichert werden die Videos auf einem USB-Stick. Der Media Player ist echt größer als eine Zigarettenschachtel. Stromsparend und einfach in der Installation. Schließen Sie den Media Player an und stellen Sie mit dem AV-Kabel eine Verbindung zum Fernseher her. Wichtige Hinweise finden Sie dazu im Benutzerhandbuch. Zum Starten der Filme wählen Sie den Ausgabepunkt Movie. Wählen Sie den ersten Film aus. Alle folgenden Videos werden nacheinander abgespielt. Drücken Sie auf der Fernbedienung Repeat und die Filme werden im Endlosbetrieb wiedergegeben. Vielen Dank. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020